Nein, nein, nein! Notfall! Nur ein hirntoter Idiot würde mich anfassen. Oh, ja, ich glaube... Maximale Munition! Das ist nur ein lästiges Übel! 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 Ja! 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 Ja, 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 ja! Ich weiß, dass du Fragen hast, aber du musst mir vertrauen, Dempsey. Ich habe Dinge gesehen, die du nicht glauben würdest, die du dir nicht mal vorstellen könntest. Ach ja? Nun, bei deiner Fantasie. Ich glaube, ich will den ganzen Scheiß gar nicht sehen, den du gesehen hast. Ich brauche einen Arzt! Einen anderen als mich! Ich bin der Hirsch. Sie kennen meinen Namen, Sonne. Ich bin der Hirsch.